so hallo alle zusammen mein lieben ich bin heute hier bei einem sehr guter mann hier der rasul aus berlin wenn ihr mal hunger habt dann seid ihr genau hier richtig den namen habe ich hier oben hier ist der mann der kann die beste dünne hier in berlin machen also ihr seid alle herzlich willkommen hier ist der beste mann alles klar danke euch bis dann tschau